Ja, hallo Freunde! Der Titel des Videos sagt eigentlich schon aus, was ich euch mit diesem Video mitteilen möchte. Und zwar kann ich in näherer Zukunft keine Videos produzieren. Das liegt daran, dass ich umziehe und weil ich eben umziehe, kann ich meinen PC nicht so nutzen, wie ich es sonst immer tue, was eben Let's Plays für mich unmöglich macht. Das heißt, im November werden erstmal keine Let's Plays mehr von mir kommen. Anfang Dezember kann ich dann wahrscheinlich wieder aufnehmen, hoffe ich zumindest, wenn alles glatt läuft. Und dann werde ich auf jeden Fall auch wieder Videos produzieren. Das Problem wird dann nur sein, dass ich wahrscheinlich noch kein Internet habe und noch nichts hochladen kann. Das ist aber eher ein kleineres Problem, denn ich kann einfach zur Uni fahren. Da kann ich das Internet problemlos nutzen. So Student sein hat schon manchmal seine Vorteile. Ja, das war eigentlich schon alles von meiner Seite aus. Falls ihr trotzdem noch etwas von mir in dieser Zeit sehen möchtet, dann schaut doch mal auf dem Kanal vom PandaPapst vorbei. Der hat aktuell nämlich einen Minecraft Let's Plays am Laufen und da durfte ich dann für ein paar Folgen zu Gast sein. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen von euch. Also ich weiß ja, dass zum Beispiel der Depp vom Dienst Minecraft nicht so sehr mag, aber vielleicht ein paar andere von euch. Die entsprechenden Videos sind auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also, falls ihr Lust habt, schaut einfach mal vorbei. Mehr habe ich absolut auch nicht zu sagen im Moment, außer vielleicht nur Geduld. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020